Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir vor eineinhalb Wochen den Fuß ziemlich umgeknickt. Ja, jetzt bin ich wieder back, ist noch ein bisschen instabil. Wir müssen mal schauen, was so geht. Aber ich kann es einfach nicht erwarten, hier zu fahren. Wir sind hier in Italien, wunderschön. Genau, und wir fahren hier mal ein bisschen, schauen, was wir finden. Let's go! Wieder zurück, let's go! Falls uns jemand den Code sagen kann, wäre geil. Wir sind jetzt hier an so einer Mini-MTB-Pump-Track-Dingens. Aber die haben leider nicht offen. Da hinten war noch ein Wald, wir suchen mal in dem Wald, ob wir irgendwas finden. Aber genau, schauen wir mal. Jetzt haben wir tatsächlich doch noch was gefunden. Tatsächlich sogar so ein bisschen ein Trail. Die Kurven sind ganz geil. Und jetzt machen wir da mal ein Brab. Let's go! Ja, sieht so aus, als ob wir hier jetzt mal ein bisschen größere Sprünge gefunden haben. Jetzt haben wir jetzt nichts riesiges, aber da kann man sich dran aufhalten. Oh, Junge! Ich habe mich komplett verschätzt hier. Alter, es war ein Volldurchschlag. Nochmal, das war viel zu schnell. Das ist so geil, auch wenn es nur eineinhalb Wochen waren. Aber es macht mich so happy, wieder auf dem Bike zu sitzen. Hier haben wir so ein kleines Gap gefunden. Es ist so staubtrocken. Aber das Gap sollte gehen eigentlich. Ich habe noch mal auf dem Bike zu sitzen. war richtig geil endlich wieder konnte ich fahrrad fahren und bin ein bisschen wieder rein gekommen genau gewöhne mich an das bike wieder ein bisschen mega cool happy richtig schön hier genau dann war's das mit dem video und bis zum nächsten mal ciao